Musik Moin Moin meine Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video Und heute machen wir einfach nochmal einen Adventskalender Unboxing Und zwar heute für Mojito Ich hoffe es klappt, meine Katze hört nicht so gut wie der Hund Ich kann ihn schon irgendwie mit Leckerlis bestechen, aber das ist immer so eine Sache bei ihm Und ich hole einfach mal den Adventskalender Ich habe die übrigens beide bei Amazon damals bestellt, damals vor ein paar Wochen Mojito, welche Tür machen wir auf, hm? Ich glaube wir fangen mal mit der 15 an Die sehen aber schön aus, guck mal Was ist das denn? Neun ist Fish Chicken Rolls Guck mal Guck mal, was ist das denn? Oh Ich probiere auch einen Okay Ich probiere doch keinen Guck mal hier Und? Guck mal Ja Oh, ein Glück Er hört ein bisschen Was nehmen wir denn jetzt mal Schönes? Die 22 Mojito, hm? Was ist das denn? Vier Cheese Chicken Cubes Obwohl das eigentlich eher Streifen sind Käsekatze? Käsekatze? Gib her, gib her, gib her Hier kommt Santa Claus, hier kommt Santa Claus Ride no Santa Claus train Ja Er kann Männchen Das mit Nussiger Käse und ich mag nussigen Käse gar nicht Zwei Oh, die sehen ja geil aus Minzies Oh, mit Katzenminze Oh, wie cool Oh, die riechen richtig gut Riechen richtig gut Riechen mal Oh, wie geil Oh, deine Kralle hängt an meinem Finger fest Kann man mal ein Stück probieren Ne 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 Ich schmecke wie so eine ganz eklige Tablette Wenn man krank ist Oh, ne Sieben Diese, was ist das denn? Ihhh Sieht aus wie so Maden Somaden Ich hab ihn gerade riechen hören So Chicken Filet Bites Gönnen wir uns Prost Aua Das macht gerade so einen Spaß Ich hab ja fokussiert das so Mama Ich weiß, du gibst mir Okay, die findet er richtig gut Gucken wir nochmal, was hier in der 3 ist Was ist das hier? 6 Das waren eben Duck Bites Das sind die Chicken Bites Wir haben so nicht geschmeckt Ey, ohne Witz zu Adventskalender für Tiere Ist der Hammer Wie ich mach Er macht so richtig Sporttraining So Handelntraining Immer hoch und runter Hm Nee Komm mal hier zu Mama Komm mal hier zu Mama Weil das so fleischmäßig ist, findet er das richtig krass Er macht Rocky Die 4 Oh, die sehen aus wie Sternschnuppen Sternschnuppen Shooting Stars Shooting Stars Geil Ey, die riechen Meringlis Okay Er hat voll gebröckelt hier Ist das auf? Wählerisch oder was? Finde er doch nicht so geil Die riechen aber voll lecker So wie Chips Sind die so eklig? Ja, sind sie Geil In der 24 ist was richtig cooles drin Mojito Da ist ein Ball drin Das ist nicht Guck mal Ein Ball Ein Ball Gut, findet er doch nicht so gut Ich glaube, Essen ist interessanter als der Ball Guck mal, was das noch ist Das ist immer 5 Das sind noch so andere Bröckchen Du bist so richtig im Fressrausch gerade, ne? Du hast so richtig Bock, ne? Na, komm her Du dicker Hund Der hat so einen Eichhörnchenschwanz, oder? Der hat so einen buschigen Schwanz, Mann Alle, die ihn sehen, sagen Boah, eure Katze ist so hübsch Der hat so einen schönen Schwanz Ja, wirklich hier Hier Muss ich das jetzt essen? Die fand er einfach am besten Das sind so deine Favorites, ne? Nicht immer so hauen, dicker Isst du mal noch auf? Fazit von dem Katzen-Adventskalender Muss ich sagen Kommt eigentlich ganz so gut an Oder, Eike? Ich finde, da kommt ganz Außer die 24 Ja, den Ball findet er jetzt nicht ganz so gut an Aber das ist normal in einer Familie Wo viele Leute eigentlich immer nur auf Essen fixiert sind Ich will jetzt keine angucken Auf jeden Fall hoffe ich euch Hat dieses kleine, süße Ich sag ja Dezember-Video Ich meine eigentlich damit einfach Weihnachts-Video für meine Weihnachts-Video-Reihe gefallen Wenn ja, würde ich mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben freuen Über ein Abo Und natürlich die Glocke aktivieren Jetzt grüßen wir noch zwei, ne? Sitze ich etwa noch auf dem Leckerli und er will da unbedingt ran So, gucken wir doch mal ganz kurz Wem wir denn nochmal grüßen können Ich grüße einfach mal Selin Urban Liebe, liebe Grüße an dich Du bist die Beste Kannst du mich grüßen? Hab dich lieb! Und dann nochmal die Lara Janiks Ich glaube, es wird so ausgesprochen Es wird mit Y geschrieben Kannst du mich grüßen? Klar Liebe, liebe Grüße auch an dich Und dann sehen wir uns einfach bald zu neuen Videos wieder Ciao, Kakao Hab euch lieb! Ciao, Kakao